Begegnungen und Kreativität zusammen mit Gleichgesinnten erleben. Dies ist das Anliegen von Malen und Reisen. Die bildenden Künstler Maya Nishiyama und Ingo Küpper führen die Interessen der Teilnehmer in individuellen Seminaren zusammen. Aquarellieren und Acrylmalen lernen und perfektionieren. An reizvollen Orten in Deutschland oder als Kreativurlaub in kleinen Gruppen. An ausgesuchten Zielen fernab von Massentourismus. Öffnen Sie Ihre Sinne und erleben Sie Länder und Kulturen auf eine unvergessliche Art und Weise. Mit den Augen des Malers.